Naja, so oder so. Leander Hausmann. Leander Hausmann, mit dem habe ich eigentlich nur am BE die letzten Aufführungen gemacht. Dieses Bob Dylan-Programm und den General mit Hausmann, da kenne ich eher seinen Vater. Ich habe mit seinem Vater tausend Fernsehspiele gemacht und Leander war immer ein verrückter, aber ein lustiger Regisseur. Ich meine, die haben alle ein Ding an der Bimmel, so wie wir, also... Nicht ein Ding an der Bimmel, an der Birne heißt das. Also, wie man es auch bezeichnet, aber auf jeden Fall ist das immer wahnsinnig und schwierig, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Aber das weiß man doch, umso verrückter, umso mehr Spaß macht es auch, weil man nachdenken muss. Man muss fit bleiben, man muss einfach schnell sein im Kopf, um mit solchen Leuten...